Als nächstes kommt ein Song, der ist inspiriert vom, ich spreche vielleicht lieber da rein, ich habe es gecheckt, Kriegsgeschehen im Nahen Osten. So, das ist alles, was wir dazu sagen. Hier kommt der Track Tanz mit dem Teufel auf Brain Project. Alles beginnt mit einer missverstandenen Seele, verloren in den Wendungen, sich wiederholender Geschichte, berichtet von der Front noch ein Soldat, der nie wieder nach Hause kommt, in den Zeilen seiner Briefe es überliefert, man sagt, Legenden besiegen sich selbst und so habe ich mich vernichtet. Ich schreibe dir nie die Details, der Teufel wartet durch Eingeweide, jeden Schritt spüre ich in meinen, zerblätterte, diffumierte Leichenteile, die Münder geöffnet zu stummen Schrecken schreien, wer hätte gedacht, dass eines Tages die Arschfresser über meinen Brüdern kreisen. Man brachte uns bei Eisern, den Feind zu bekämpfen und jetzt habe ich Platzangst, in den eigenen vier Wänden habe ehrbare Männer dahin gerafft, sah ihre Frauen geschändet, sah die Wut in den traurigen Augen der Kinder, die den Krieg entfacht, mit jeder Schlacht, die ich beende. Es geht mir gut, steht in den Zeilen, die ich übersende, meine Frau, meine Kinder, die das Bild, das ich male, ohne Fragen glauben, was ich sage, während ich verbrannte Erde hinterlasse, um das Vaterland nicht zu verraten. Während ich meine Menschlichkeit ans Kreuz nagel, damit diese Heiden endlich mein Kreuz tragen. Ich bringe den Frieden, indem ich ihre Kinder erschlage, die Häuser zerbombe und davon Videos mache, denn meine Führer verwenden die Rache in den Augen erwachsener Kinder, verlassener Menschen, um sie zu Terroristen zu machen, die sich hoffen, dazu bekennen, meine Flagge zu verbrennen, obwohl ich ihnen die Freiheit bringe, denn Frieden lebt vom Tod. Raketenpanzern, schrotbärtige, platzende Köpfe auf Wikileaks, die sich mein Volk zur Unterhaltung streamt. Hier bin ich ein Held, aber der Satan für sie. Des Teufels Ironie. Ich stehle ihr Land und ihr Wasser, was sie verhungern, es sei denn, sie kaufen das, was ich mache, mit ihrer Arbeitszeit. Zurückgebliebene Untermenschen, die sich sowieso gegenseitig bekämpfen. Was ändert eine weitere Leiche, wenn ich damit eine weitere Diktatur beseitige? Ein Volk, das ich nicht ernähren kann, noch keine Stimme, da ich zum Helfen kam, bevor ich ihnen die Basis nahm. Ich bring den Frieden, dennoch rufen sie Satan. Ich bin der Lichtbringer, dennoch vergessen sie es mir mit Attentaten. Zippo Kuhara, ernährende Nachrichten waren die Propagandamaschine mit den Bildern meiner gefallenen Kameraden, mit den eigenen Sparen, Verschartung, Vergraben. Seitdem, was diese Menschen mir angetan haben, bin ich der Satan. Gejagt von den traurigen Augen der Kinder, vor denen ich meine geschützt habe. Wer hätte gedacht, dass der Tanz mit dem Teufel in die Hölle geführt hat? Mich muss die Stimmen beteiligen in pharmazeutischen Substanzen, um nicht paranoid zu werden. Seitdem, ich den Tod in den Augen meiner Enkelkinder erblicke, den Terroristen über die Main bringen, um die Iren zu schützen. Ich muss sie alle vernichten, denn Frieden lebt vom Tod, Rassismus und Sicherheit beschrot. Mein eigener platzender Kopf auf Wikileaks, den sich mein Volk zur Unterhaltung streamt, weil ich sie niederschieß an dem einen Ort, der ihnen Hoffnung gibt. Ich war nie ein Held, nur ein Mörder, den sein Meister jetzt zu sich holt. Wer mein eigenes Volk zwischen meinen traurigen Augen zielt, zu sehen zu spät, dass man nie mit dem Teufel spielt. Eine weitere Sekunde verloren in den Videos der sich wiederholenden Geschichte in deiner Playlist. Auch diesmal hat der Satan das Teufel zu leben. Ich bin Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018